hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von wiggles so jetzt habe ich schon gedrückt dabei hatte ich meine tastatur noch gar nicht so jetzt ist sie wieder bei mir wird wahrscheinlich gerade ein bisschen komisch für euch geschlungen haben so ich hoffe die einstellungen sind einigermaßen okay ich habe jetzt eine ganze weile gebraucht um alles einzustellen ich kam mir ein bisschen leiser vor weil sobald ich lauter gemacht habe war ich mega übersteuert deswegen hoffe ich einfach mal dass das so funktioniert so ich gucke jetzt mal ganz kurz denn wir haben ja jetzt hier den weg gefunden wo es in richtung runter geht das ist hier hier wird also das tor dann sein hier ist die torwächterin das heißt natürlich für uns dass wir jetzt so weit wie möglich alles eintöten müssen damit wir halt nach dort ziehen können wir schauen wie weit wir schon waren so hier dürfte jetzt eigentlich nichts weiter sein dass sie oben war genau das war nicht mehr interessant für uns das heißt der auftrag ist bereits im vollen gange gut dann werden wir das ist dass sie schreierei die ist noch nicht ganz fertig eingepackt das muss man erstmal auch ein tüten ich werde jetzt hier alles einpacken so oh gott hier steht noch so viel rum es muss alles mal eingelagert werden jetzt ich habe doch noch voll viel platz oder nicht wo ist denn das andere lager hier ja das heißt wir sind jetzt hier definitiv auch ein bisschen essen jetzt lang an sonst kriegen wir das nicht hin so und ich werde jetzt auch mehr wiggles gleichzeitig arbeiten lassen ich weiß jetzt nur gerade gar nicht wo wir sind die fangen demnächst jetzt gleich an das heißt die müssen jetzt auch anderen glauben einfach damit wir jetzt hier mal schneller vorankommen sonst schaffen wir das nicht und dann haben wir ordentlich aber 1,2,3,4,5 oh gott 2,4,6,8 wie geht sie gleichzeitig dann arbeiten es sollte irgendwie zu machen sein und dann werden wir einfach unsere sachen packen und nach unten ziehen jetzt anders geht es nicht so ich schaue jetzt noch mal kurz hier steht jetzt nichts weiter rum hier haben wir wie gesagt das ganze essen zu liegen das ist bereits eingetütet die auch oh je möchte ich natürlich es liegt hier jetzt noch jetzt auch im lager halt schon so leonate schnappe ich mir jetzt mal du wirst jetzt schon mal ein paar sachen einsammeln mit dir rumtragen die ich auch mit dir auf jeden fall mit runter nehmen möchte das lager zum beispiel das trägst du jetzt mal ja leonate wird jetzt das lager einsammeln und so ein paar andere sachen noch ah verdammt entschuldigung das macht sie okay lager Nahrung ein das ist gut einfach damit wir so viel wie möglich von der nahrung auch mitnehmen können vielleicht sollte ich hätte ich noch ein zweites lager jetzt bauen sollen für die nahrung also ein zweites lager weiß ich nicht dritte lager mittlerweile vierte lager auf drei haben wir das hier scheint ja auch voll zu sein jetzt macht man flinken schulen hat so okay ist der quintus nicht jetzt auch arbeiten und das ist mir entwischt okay so leonate was liegt denn hier noch rum diverse waffen auf die verzichte ich jetzt auch erstmal okay also du nimmst auf jeden fall die kiste damit vielleicht packe ich die auch einfach weiter nach unten damit ich die dann nur noch einsammeln muss das wäre auch eine gute idee das werde ich mal machen so dann nimmst du hier mal die kippe auch noch ja ich weiß er trägt jetzt viel aber das muss jetzt mal sein reit hamster dann nimmst du mal noch ein essen mit dann nimmst du lieber leonat nach ganz unten marschieren und zwar nach hier und hier wirst du die sachen mal hinschmeißen so leonat nach das darf ich jetzt nicht vergessen so viktorin wirst du jetzt dasselbe spielchen auch mal tun das darf ich ja leonat und viktorin nicht auch aus den augen lassen gut leonat wird eh noch eine weile brauchen viktorin braucht auch noch ein bisschen ok jetzt kreuzten wir uns hier ok es ist halt noch weiter weg viktorin weißt du was du kannst mal hier schon mal die man das ist aber auch echt blöd wenn das hier so steht jetzt geht's so hoch ne na gut da geht's halt hoch es ist nicht so leicht die zu treffen leonat ist fast unten so hier haben wir noch so eine steinschleuder brauchen wir jetzt auch erstmal nicht so leonat oh 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 er hat es nicht mehr weit so komm viktorin schnapp dir mal sowas hier na jetzt habe ich das nicht mehr aufgehoben gut egal nimm jetzt das essen komm nimm noch ein paar essenssachen mit und die kiste leonat ok jetzt muss ich mich beeilen bevor der hier wieder weg rennt so der schmeißt jetzt einfach mal alles hier hin das nein da wo du stehst schmeißt einfach hin man die kiste dort in die ecke ok so viktorine jetzt bist du an der reihe und kommst mit mir runter du wirst hier unten die box hinschmeißen dann haben wir schon mal ein paar sachen nach unten nach unten getragen so die anderen sachen sind soweit auch eingepackt das ist gut das ist sehr gut das ding könnte jetzt auch mal hier unten packen abgebrochen worden ok dann packen wir weiter ein so was macht er hier macht kisten einlagern ok erlaubt eben wo bist du chillst da rum jetzt nehme ich mal eben die kann auch ein bisschen schleppen und die soll hier gut die mütze lassen wir da liegen so nichts wichtiges liegt hier irgendwas wichtiges nicht wirklichen in der ne liegt gerade nichts weiter wichtiges ok gut dann geht sie halt so jetzt runter bringt die kippe mal hier hin eben und viktorine waren das mhm viktorine ist auch gleich hier ich hoffe das funktioniert so wie ich mir das gedacht habe so Okay, ich schmeiße da das ganze Essen hin, da einfach, du bist. Einfach hinschmeißen, oh Mädel, einfach hinschmeißen, danke, gut, die ist wieder nach oben und ich sehe schon, Iben ist gleich da, so, hier wird fleißig wieder eingepackt. Dann kann ich hier schon mal die nächste nehmen. Kommst du bitte? Das bitte auch aufsammeln. Ich schaue mal kurz nach Iben. Okay, die hat sich hier hingehauen. Oh, jetzt habe ich mir gar nicht mehr gemerkt, wen ich da gerade hatte, verdammt. Oh, jetzt habe ich vergessen, wen ich da gerade hatte. Bzw. ich habe es mir nicht gemerkt. Sie ist es nicht. Komisch. Gut, im Endeffekt ist es jetzt, glaube ich, voll Wurst. Halt, hier geblieben. Wir müssen Sachen einsammeln gehen. Okay, aber hier ist irgendwie alles weg, soweit. Das heißt, das werde ich auch bitte einpacken. Die Leiter auch. So, Tormut habe ich jetzt. Vielleicht werden jetzt gleich alle sehr unzufrieden sein, aber da müssen wir jetzt leider alle durch. So, das Bett noch. Und hier die Fässer. Das bisschen Bier. Okay. Einfach damit der Sack voll ist, ne, nennen wir da drum mit. Also, der Sack, die Kippe meine ich jetzt natürlich. Nicht den Mügel. So. Okay. So, Leonard. Victorina ist hier oben noch. Ähm. Gut, wir müssen alles Mögliche noch einpacken wieder. Jetzt muss es schnell gehen. So. Ist noch relativ leer hier. Okay, das hatte ich. Schauen wir hier nochmal. Ja, hier liegt noch so viel rum. Okay. Tormut? Wo ist er? Ich muss mir jetzt hier wieder irgendeinen schnippen. Du. Kommst mal mit. Braucht dich kurz. Ich weiß noch nicht wo. Ha. Hier. Wen hab ich Iben, ne? Ne, Imke. So, Tormut. Imke. Henken. Gehst bitte mit. So, Iben und Henken, muss ich mir merken. Das wird ein paar Folgen in Anspruch nehmen. Das werden wir in der Folge definitiv nicht schaffen. Muss man dann auch nicht. So, hier haben sie schon alles weggefressen. So, das. Alles fallen lassen. So, und den Trank auch. Okay, jetzt gehen wir schnell zu Imke. Henrike ist fast unten. Ich weiß nicht, was sie macht. Okay, Henrike. Muss ich auch ein Auge drauf haben. So, alles einstecken hier. Nicht stöhnen, machen. Okay. Schnell nach unten. So, was ist Henrike? Ich glaube, wir kriegen das Essen gar nicht alles runter, aber in der Zeit fressen die das alles auf. Na ja. Was soll's, ne? Okay. Henken? Du rennst jetzt wieder zurück, oder was? Scheiße. Echt so langsam. Hatte ich nicht Hen... Ich glaube, ich hatte Henken. Na gut. Hm. Nein. Liebe Leute, das wird jetzt alles eingetütet hier. So, was machst du jetzt hier, bitte? Freizeit? Hm. Ich weiß nicht, aber... Können mir nicht helfen, ich brauche ja. Brauche jetzt definitiv mehr Arbeiter. Ja, so wäre natürlich denkbar schlecht. Mann, das nervt. So lang. Ist der Nütz, der es den anderen nimmt, ne? Furchtbar. Oh, das ist Stress. Sorry, Leute. Ich bin jetzt leider überstanden Arbeiten. Dann sind wir hier nicht fertig. Soll ich jetzt auch gleich einen Cut, wenn wir das hier haben? Gut. Jetzt gucke ich mal schnell nochmal nach, ob jetzt auch überall alles eingetütet wird. Die noch nicht. Kannst du ja auch mitnehmen. So weit, so gut, würde ich sagen. Gut, und da er hier gerade steht... Das ist ja jetzt hier auch noch hin. So, ich sag trotzdem mal an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.